Hallo und herzlich Kartoffel! Kam ein bisschen unerwartet, was? Ich wollte eigentlich nur mal Bescheid geben, dass es auf den Tag genau heute, drei Jahre, in Zahlen drei, her ist, dass ich mein erstes Let's Play Video auf meinen Kanal hochgeladen habe. Und seitdem ist eine Menge passiert. Es waren dann nicht nur Let's Plays da, es kam auch Musik, es kamen irgendwelche Videos. Und jetzt befinden wir uns mit diesem Video beim 1680. Video auf meinem Kanal. Und ich denke, da ist es so langsam mal Zeit für ein Best Of. Und ich habe da versucht, wirklich die allerbesten Szenen rauszukriegen. Und zwar so richtig die Creme de la Creme nach Gesichtspunkten wie Unterhaltsamkeit, Unterhaltsamkeit und Unterhaltungswert. Und dabei habe ich dann wirklich den harten Kern rausgesucht. Also dann habe ich wirklich nur die Videos genommen, die allen Ansprüchen entsprochen haben. Und das Ergebnis präsentiere ich euch jetzt. Und zwar Film Up! Und das war's dann auch schon. Tja, ähm, ich habe da wirklich nur das genommen, von dem ich wirklich überzeugt war, dass es sich nochmal anzusehen lohnt. Äh, jetzt aber mal im Ernst, ähm, ich habe mir nicht alle meine Videos wieder angeguckt. Nein, danke. Aber, äh, wenn euch noch vielleicht irgendwelche Stellen einfallen, irgendwie aus der Vergangenheit, äh, aus den ganzen Videos, die es wert sind, erwähnt zu werden, dann sagt das bitte in den Kommentaren, äh, wenn ihr keine Kommentare schreibt, dann habe ich wenigstens nichts falsch gemacht. Ahhhh. So, und damit ihr jetzt nicht leer ausgeht, gibt es noch, ähm, zum Abschied ein Video, ein Zusammenschnitt aus Videos mit Katzen unterlegt mit epischer Musik. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Äh, das hier ist das 1000 Manno. Fuck it Und zwar ist dieses hier Heute auf den Tag genau jährt es sich zum dritten Mal Dass ich auf meinem Kanal das erste Let's Play Video hochgeladen habe Und das Ding fällt immer runter Hallo Hallo und herzlich Kartoffel Nochmal Ich bin raus Hallo und Ja es sind ein paar mehr Videos geworden Um genau zu sein ist dieses hier das 1680 Plö Plö Das 1600 Ach man Sucht er jetzt die Creme de la Creme de la Ja Milchcreme Hallo und herzlich willkommen Ach man Das war jetzt echt scheiße Jetzt mache ich das auch so versehentlich richtig Ich habe fade Ich habe Juke